Musik Ich frage mich gerade wirklich, wo der Tag schon wieder hin ist. Es ist jetzt schon fast dunkel, also es ist jetzt halb sechs und dämmert schon und ich habe wirklich den ganzen Samstag damit verbracht, wirklich meine Wohnung komplett durchzuputzen, aufzuräumen, alles mögliche. Ich bin jetzt relativ weit gekommen. Ich habe jetzt echt, ich weiß nicht wie viele Stunden dafür genutzt. Und also ganz ehrlich, wenn ich nicht so eine kleine Wohnung hätte, dann hätte ich mir schon längst irgendwie eine Putzfrau einmal die Woche geholt. Also ich finde in Anbetracht dessen, dass oder wenn man wirklich 40 Stunden die Woche mindestens arbeitet, sich eine Putzfrau holt, eigentlich ziemlich plausibel, weil Freizeit einfach ein wichtiges Gut ist. Deswegen kann ich das nachvollziehen, wenn Menschen sich eine Putzfrau holen. Es gibt ja tatsächlich Menschen, die sich angegriffen fühlen, wenn andere Menschen eine Putzfrau haben. Da wird man dann schnell mal so als faul oder so dargestellt. Aber ich nenne das einfach nur eine gute Einteilung der eigenen Zeit sozusagen. Was ich jetzt noch mache und weswegen ich mich jetzt hier schon fertig gemacht habe, ist, dass ich jetzt gleich mal zum Gartencenter fahre. Ich möchte nämlich gerne meine Wohnung ein bisschen grüner haben. Also ich habe ja schon eine Pflanze. Ich möchte aber so gerne so ein bisschen so ein Dschungel-Theme mehr oder weniger haben in meiner Wohnung. Also ich möchte gerne richtig viele schöne grüne Pflanzen haben. Da gucke ich jetzt mal, was es so gibt, beziehungsweise möchte ich auch schon ein paar Sachen mitnehmen und es dann immer so nach und nach noch erweitern sozusagen. Und dann ist der Abend tatsächlich auch schon da, beziehungsweise der Samstag auch schon fast rum. Das gibt es gar nicht, wie schnell die Zeit jetzt heute vorangeht. Das Wochenende ist generell einfach immer viel zu kurz. Und ich muss meinen Concealer nochmal auftragen. Ich habe heute Augenringe. Das gibt es nicht. Natürlich, gerade wo ich jetzt das Haus verlassen habe, fängt es an zu regnen. Ich bin jetzt wieder zurück mit neuen Pflänzchen. Wo ich die hier jetzt hinstelle, das weiß ich noch nicht so genau. Man soll ja eigentlich nicht so nah am Fernseher Pflanzen haben. Habe ich mal gehört, weil die sonst eingehen. Und ja, hier oben habe ich jetzt auf jeden Fall schöne Pflänzlis hingemacht. Das finde ich auch ziemlich cool. Und da oben, das ist ein bisschen ein Fail, weil ich tatsächlich immer vergesse, dass ich ja in einem Altbau wohne und ziemlich hohe Fenster habe. Und ich dachte, ja, das wird ganz cool aussehen. Auch so eine Hängepflanze, die ich dann praktisch so oben bei dieser Vorhangstange dranhängen kann. Aber das sieht ja richtig doof aus bei so hohen Decken und bei diesem kurzen Abstand jetzt. Aber vielleicht kann ich da irgendwie so eine längere Halterung dran machen. Ich weiß es noch nicht. Aber ansonsten wird es halt echt voll cool aussehen. Es ist jetzt halt nur einfach zu weit oben. Deswegen sieht es ein bisschen doof aus, weil wie ihr seht, ich habe ziemlich große, hohe Fenster. Leute, ich liebe meine Pflänzchen so, so sehr. Ich möchte jetzt auch schon gleich neue haben. Ist mir noch zu wenig. Ich möchte gerne so einen richtigen Pflanzendschungel haben. Leute, das wird mein neues Projekt. Ich sehe es schon. Übrigens frage ich mich, ob ihr euch eigentlich dafür interessieren würdet, wenn ich hin und wieder einfließen lasse, was ich gerade aktuell so für Serien gucke. Also ich gucke ja kein normales Fernsehen, sondern wirklich immer nur Serien. Also, dass ich jetzt einfach mal so erzähle, immer zwischendrin, was ich gerade so gucke, könnt ihr gerne auch mal an der Umfrage hier im Video teilnehmen. Oder mir einfach einen Kommentar schreiben. Aktuell binge ich hier jetzt übrigens The Walking Dead. Ich habe mich jetzt fertig geschminkt. Fürs Video wie immer ein bisschen stärker, weil meine Kamera halt wirklich immer sehr, meine Farben im Gesicht verschluckt und ich immer sehr blass aus sehe. Aber ich drehe jetzt meinen Haul für euch. und dann sehen wir uns später wieder. Der erste Teil meines Videos ist jetzt im Kasten und ich mache jetzt hier eine kleine Kaffeepause beziehungsweise eine Matcha-Pause, weil ich heute einfach schon so viel Kaffee getrunken habe. Ich mache nämlich einen Matcha-Latte. So, hier, die Milch schäumt schon. Und hier ist mein Matcha von Koro ist der. Da habe ich übrigens immer noch einen 5% Gutschein-Code von Koro. Also könnt ihr gerne mal unten in die Videobeschreibung gucken. Da habe ich euch den reingepackt und da nehme ich jetzt so ein bisschen, so mit einer Hand ist echt nicht so leicht. Ja, das ist schon fast zu viel. So, ein bisschen Wasser jetzt noch mit rein. So, und dann muss man das eigentlich mit so einem Matcha-Besen schaumig rühren. Den habe ich aber nicht. Deswegen mache ich das einfach ganz fix mit einem Löffel. Und jetzt muss ich nur noch warten, bis meine Kokosmilch aufgeschäumt ist. Die schäumt übrigens ganz gut auf. Also ich dachte, dass das nicht ganz so gut geht wie bei einer richtigen Milch, aber die schäumt eigentlich richtig gut auf. Also meine Kokosreismilch, die ich immer trinke. So, und jetzt habe ich ganz weh aufgeschäumte Milch. Das liebe ich ja total. Und rein da. Mh. Lecker. Leute, ich muss sagen, seit ich arbeite, liebe ich Sonntage. Das sind so meine liebsten Tage in der Woche tatsächlich, die Sonntage. Zu essen gibt es bei mir heute übrigens Pasta mit einer Schinken, Tomaten, Weißweinsoße und dazu noch Rucola und Parmesan, was ich mir jetzt schmecke. Ein gutes hat es, dass es jetzt wieder ein bisschen kälter ist. Ich kann meinen geliebten Mantel wieder anziehen. Ich bin zu Hause, aber nur kurz, denn ich bin schon wieder auf dem Sprung zum Sport. Und ja, ich hoffe, es ist euch nicht zu langweilig, wenn ich halt immer nur zur Arbeit und zum Sport gehe. Aber normale Leute mit einem normalen Alltag machen halt tatsächlich nicht so viele unterschiedliche Dinge. Genau so ist das. Und ja, aber wir haben dafür ein paar von euch geschrieben, dass sie es ganz cool finden. Also, dass sie meine Vlogs ganz cool finden, weil ich eben halt so einen gewöhnlichen Alltag habe, weil ich eben einfach so normal bin und halt nicht wie andere YouTuber von einem Event zum anderen tingle oder keine Ahnung, auf denen ich nur Bilder poste von den Malediven. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde so Videos vom Alltag, also wie man zum Beispiel keine Ahnung, putzt oder zur Arbeit geht und so weiter, sehr, sehr, sehr viel spannender als wirklich so Urlaubs, Reisevlogs von Orten, die ich mir niemals im Leben leisten werden könne, könne? Leisten werden könne? Leisten werden kann. Ja, weil es für mich halt eben einfach nicht greifbar ist im Gegensatz zu ja, normalen Dingen, sage ich jetzt mal. Es regnet mal wieder und es ist kalt. Wir haben gesehen, dass heute bei uns in der Straße ein Film gedreht wird. Wie hieß der nochmal vom, also hast du den Namen gemerkt? Keine Ahnung. Ja, wir sind aber, also kennen wir nicht? Nee. Nee, irgendwas anderes. Vielleicht sehen wir es gleich nochmal. Ah, es ist krass wild. Ich habe mir übrigens mal wieder, wie so oft, eine Kartoffel-Lauch-Suppe gemacht. Ist einfach super praktisch, wenn man wirklich nicht jeden Abend kochen will. Also ich mache mir halt wirklich immer so einen riesengroßen Topf und kann dann halt noch ein paar Tage von essen. Das ist natürlich ein Vorteil. Also man spart halt einfach abends so, so viel Zeit und es ist natürlich auch einfach super günstig. Also gerade Kartoffeln und Lauch ist ja, also kostet ja wirklich super, super wenig. Ja, und es schmeckt einfach super gut im Herbst. Mmm. Ich habe ihn. Okay. Es ist wirklich okay. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Hallo, ich mache mich jetzt gleich wieder auf den Weg zum Sport. Also heute kein Kurs oder so, sondern einfach mein normales Workout. So ein bisschen für eine Stunde Geräte. So wieder als Entlastung für den wahnsinnig vollgepackten Tag heute. Also der war wirklich heute wow. Aber wir haben jetzt immerhin schon Mitte der Woche und jetzt noch ein bisschen auspowern. Morgen ist dann auch schon Donnerstag. Und hier ist schon wieder alles voll mit Paketen, die ich diese Woche schon gekriegt habe. Und die ich mal endlich runterbringen muss zum Altpapier. Guten Morgen, ein neuer Tag beginnt und ich gehe jetzt wieder gleich ins Büro. Und guck mal, ich habe hier meinen geliebten Mantel aus dem letzten Jahr wieder ausgekramt. Den finde ich so, so schön. Jedenfalls mache ich mich jetzt aber wieder sofort auf den Weg zum Büro und ich hoffe, es regnet. Jetzt gerade nicht draußen. Hallo, ich schenke. Ich habe jetzt die Dinge drin. Ich habe hier noch mal ein bisschen mehr von den Leuten und die Leute machen. Sie müssen hier noch ein bisschen mehr aufmachen. Hier ist die Runde. Hier ist die Runde. Hier ist die Runde. Hier liegt die Runde. Und die Runde ist schon frei. Hier ist die Runde. Hier ist die Runde. Hier liegt die Runde. noch so ein bisschen, bevor mein Sportkurs gleich anfängt. Ich habe noch ein kleines bisschen Zeit, deswegen dachte ich, mache ich nochmal die Kamera an. Und zwar habe ich halt so den Tag über mal wieder so über meinen Bauch nachgedacht. Auch darüber, dass der wirklich immer so aufgebläht ist. Halt auch schon morgens, wenn ich aufstehe. Und dann dachte ich mal so, vielleicht kann das ja auch in irgendwas anderem liegen, als es vielleicht nur Unverträglichkeiten. Klar, also Bauchweh wird bei mir, bei bestimmten Lebensmitteln natürlich schlimmer, zum Beispiel bei Rucola und so weiter. Und das ist aber bei vielen anderen Menschen ja auch so. Und ich dachte mir, vielleicht kann das aber auch einfach daran liegen, an Medikamenten zum Beispiel. Und das einzige Medikament, das ich dauerhaft einnehme, ist bei mir die Östrogenfreie Pille, also mit Desogestrel. Das ist eine Mini-Pille, die ich durchnehme seit zwei Jahren. Also soll man auch, nicht, dass ihr denkt, ich nehme einfach so eine Pille permanent durch und das ist ja nicht gut und soll man ja nicht bla bla bla. Also bei der Desogestrel-Pille ist das so, dass man die durchnimmt. Und mir ist gestern aufgefallen, dass ich vergessen habe, mir ein neues Pillenrezept zu holen. Und meine Pille ist jetzt leer geworden und dann dachte ich mir aber so, eigentlich brauchst du gar keine Pille ja momentan. Also ich habe ja auch, wie ihr wisst, keinen Partner. Das heißt, ich benutze, blöd gesagt, die Pille natürlich nicht. Und selbst wenn ich sozusagen keinen Partner habe, verhüte ich, wenn dann, natürlich dann auch anders. Also nicht nur mit Pille, die reicht da dann natürlich nicht aus. Man sollte ja nie ohne Kondom verhüten, bei Leuten, bei denen man sich wirklich nicht 100% sicher ist, dass da alles in Ordnung ist. So viel dazu und deswegen dachte ich mir, brauche ich die Pille halt auch nicht und werde mir dann jetzt kein neues Rezept holen und werde einfach mal ausprobieren, wie das mit meinem Bauch ist, wenn ich eben die Pille nicht mehr nehme, weil und das ist eben der Grund, warum ich da auf diese Medikamentensache komme. Ich habe jetzt nochmal so den Beipackzettel von der Pille angeguckt, also die ich halt eben habe und da sind halt eben als häufige Nebenwirkung halt auch Magenprobleme tatsächlich. Generell so Bauchgeschichten und da wurde ich so ein bisschen hellhörig nach dem... Aha! Und ich meine, also wie gesagt, Schaden kann es jetzt nicht, wenn ich sie jetzt mal absetze. Jedenfalls werde ich das jetzt einfach mal zusätzlich ausprobieren und beobachten. Wie gesagt, einen Termin beim Gastroenterologen habe ich ja sowieso, aber man kann ja mal mehrere Dinge eben ausprobieren und da bin ich jetzt mal gespannt, wie sie das so bei mir auswirken wird. So, jetzt muss ich aber los zum Sport. Hauptsache, mein Kaffee ist schon fertig, wenn ich aus dem Bad komme. Das ist ein Service. Und das ist ein Wanna packen? happy friday beziehungsweise happy weekend ich bin jetzt endlich zu hause nach einem wirklich wirklich langen tag heute war super viel zu tun es ist glaube ich auch schon wieder halb 8 oder so also ich war ein kleines bisschen länger im büro und dachte mir ich spare mir heute mal den sport und gehe morgen wieder und jetzt stellt sich mir die frage ob ich essen bestelle oder mir einfach ein paar schnelle pellkartoffeln mache ich glaube es wird auch pellkartoffeln rauslaufen weil ich die eben einfach noch zu hause habe und ich morgen mal ein bisschen nach neuen sachen für meine wohnung gucken will zum beispiel einfach hier neue kiss beziehungsweise auch mal hier ein paar kissen bezüge weil das sofa hier noch ein bisschen gemütlicher werden kann generell kann meine wohnung noch ein bisschen gemütlicher werden und da werde ich mich morgen mal so ein kleines bisschen umgucken und da seid ihr ja auch auf jeden fall wieder dabei weil ich ja eigentlich tatsächlich seit wochen wirklich jeden tag blogbel also ich bin wirklich sehr sehr stolz auf mich dann ist heute die neue staffel stranger things rausgekommen habe ich schon sehr sehr lange drauf gewartet ist eine mega gute serie wo wir den gucken wenn ihr den nicht kennt ach ja und weil ich gefragt wurde was ich denn immer mit meinen nägeln im nagelstudio mache also was genau ist da der prozess was lasse ich da machen möchte ich gerne mal noch beantworten und zwar verstärke ich meine normalen natur nägel einfach nur mit gel also wie ihr sehen könnt sind die auch nicht sonderlich langweilig das nicht mag und damit auch nicht umgehen kann und das irgendwie auch einfach an mir nicht so schön finde und dann eben einfach noch eine farbe drüber und das hält dann wirklich super super gut und ich muss da so alle vier wochen ungefähr hin also wie ihr sehen könnt sind die auch schon wieder ein bisschen rausgewachsen ich glaube das letzte mal war ich vor zwei wochen oder ist es schon wieder drei wochen her auf jeden fall wachsen meine nägel unfassbar schnell wenn das das highlight eines freitags ist